Hallo ihr Lieben, ich drehe heute mein allererstes YouTube-Video, ähm, und das wird ein Haul sein. Ich war nämlich, nein, erst sage ich euch, schlechtes Lied, schlechtes Mikro-Lied daran, scheiß Kamera. Upsi, ähm, und es ist dunkel, aber ich dachte mir, egal, du drehst jetzt das Video. Ähm, ich war beim DM und hab mich bei der, ähm, Essence, ähm, bei Essence umgesehen und, äh, weil ich viel Gutes von der neuen L.E. gehört hab, wie heißt, sonst wieder nachts, um, Natura Vento Vista, ich kann die nicht aussprechen. Egal, ähm, und da bin ich ein totaler Nagellack-Junkie, das werde ich in letzter Zeit, ähm, auch sehen. Ähm, und da konnte ich wieder nichts an Nagellacken vorbeigehen. Ähm, und zwar habe ich mir als erstes diesen Nagellack hier gekauft, wie gesagt, von Natura Vento Vista. Oh, ich weiß, ich freu mich schon auf die Kommentare. Äh, in der, also zum Grün, mit Schimmer. Ich mag Schimmer eigentlich gar nicht, aber die sind echt schön. Die sind echt, echt schön. Ähm, in der Farbe 03, Barfoot, Barfoot, through the moss. Ähm, das ist ne wirklich schöne, äh, ne wirklich schöne Color? Naja, was ist heute los? Naja, ähm, auf jeden Fall bin ich wirklich überrascht von der Qualität, von diesen Nacken, von dieser L.E. Ähm, die trocknen schnell, die halten gut und die decken gut. Also, wirklich, die haben noch nie so guten Lack von Essence gegeben. Die sind echt toll. Naja, auf jeden Fall, seit ich mir den jetzt gekauft bin nach Hause gekommen, hab den drauf gemacht und dachte, so ist hier mir die, die sind richtig gut. Und bin direkt nochmal losgefahren und habe mir die Mammelfarben auch gekauft. Und zwar, in zwei anderen Farben, das sind einmal, ich probiere einmal, so ein Braun, Bronze, was weiß ich, ähm, auch schimmerig, in der Farbe, jetzt muss ich wieder gucken, wie weiß ich jetzt, nur bei Mother Earth is watching you, tragt genauso schnell, deckt genauso gut und ich bin einfach nur begeistert, es ist ne wirklich schöne Farbe, ich werde euch das, ähm, unten in Fotos nochmal auf meinem Blog fotografieren, die Farben, dann könnt ihr es sehen. Ähm, dann hab ich dann noch die dritten von dir bereits nicht so begeistert, da trifft das leider nicht so gut, leider. So, ich finde, das schimmert auch, hat ein bisschen was von Hermut mit Glieder, äh, mit Grün steht, sieht man hier natürlich, aber wenn man es auf den Lägen hat, sieht man es sehr gut. Ähm, bei dem ist es so, trottet nicht so gut und man braucht ein paar mehr Schichten, damit man das Nagelbeck nicht mehr sieht. Ähm, ich meine, er ist nicht total schlecht, also die Farbe ist wirklich schön und ich werde ihn noch weiter benutzen, ich lege mir so viel, man braucht viel Zeit, um sich diesen Nagelbeck drauf zu machen, weil ich trottet nicht wege. So, dann habe ich noch ein paar Fehlkörse getötet. Ah ja, die Nagelbeck. Kostet mir, glaube ich, um die 2 Euro, 1,75. Ich guck nochmal nach, ich fass euch mal rein. Aber ich meine 1,75 oder so. Mh, so. Und dann habe ich dann noch bei Wartmann und wollte, ich hatte viel Gutes von Rewalde Loops gehört und wollte dann unbedingt mal Rewalde Loops. Und sie sollte anders sein, aber ich bin dann Nagelack gekauft. Ähm, nur, ich bin nicht so gut, dass das. Also, der eine hier, hier ist ein Lila. So, hier wächst man dabei nicht in der Farbe hier und 50. Ich glaube, die haben nur, äh, nur nochmal einen Verkappen, sonst irgendwo auf der Flasche gesehen. Naja, auf jeden Fall, die Farbe geht ja noch. Trocknet nicht so gut, wie manch anderer Lager, hält gut und deckt einigermaßen gut am Box. Bei der Flasche, das braucht man ja bei den meisten Nagelacken. Ähm, der ist ja wirklich noch ein Ort von. Die Farbe ist auch wirklich schön und gefällt mir gut. Aber, jetzt ist es aber, da habe ich mir diesen Nagelack gekauft. Auf dem Geweide Loops ist ein Pink in der Farbe 43. Äh, und den könnte ich direkt in die Tommel kloppen. Das ist wirklich so. Du, wenn man ihn draufmacht, der trocknet nicht, der deckt nicht. Es ist wirklich so, wenn man ihn draufmacht, ich, ich werde euch zeigen, ich mach mal eine Füße oder so, und dann geht es da. Wenn ich es draufmacht, könnte ich genauso die pinken Flasche über die, auf die, auf die Fingernäcke laufen lassen. Da bleibt ein bisschen pink, aber das ist ein Hauch von Pink. Und ich habe es geschnürt und gemacht im Tal und es kam. Es hat uns gedeckt. Und als ich dann, als es das einigermaßen gedeckt hat, war, glaube ich, nach vier Schichten, trocknet sich dieser ganze Scheiß natürlich nicht mehr, ähm, ja, also den würde ich nicht kaufen. Merkst euch, kauf, fail, Nummer 43, zur Weile Loops, Nagelack, nein. Ein No-Go. Naja, und jetzt habe ich von der Essence LE vor lauter Aufregung noch was vergessen, glaube ich, nur noch ein Eyeliner gekauft. Auch von Naturherinnen, ich weiß nicht, Naturherr und Terroristar, ich gebe es auf. Äh, auch in der Farbe 02, Mother Earth, die vor schien. Ich hab mich irgendwie in diese Franche nicht verstanden, das war nicht so schön. Da war auch irgendwie noch was anderes, aber da, hm, das würde ich dann aber fast leer, irgendwie schwer die letzten Fragen noch ablesen. Den habe ich auch schon länger. Äh, das hat mir meine Freunde mitgebracht. Und der sieht dort. Wie ihr das Unscher erkennen könnt, habe ich da schon ordentlich reingedutscht. Ähm, die benutze ich aber nicht als Eyeliner, sondern als... Ey, Eyeshadow Base oder weniger, also als Creme-Eye, äh, Creme-Eyeshadow. Und das klemmt, so. Und mein Finger sind dreckig, weil ich meine schon hauen will. Ich hab's deswegen verbreiten, das ist Eyeliner, da. Ich mach das mal. Ich kann mich das mit anderen Fortschritt. Wenn man das Leben verschimmert, ich glaub nicht, aber es ist wirklich schön. Ähm, ja, ähm, wie sie so geschehen, ja, das war eigentlich wirklich alles von der, die kostet 2 Euro, 2,30 Euro, 2,50 Euro, ich weiß nicht was kostet, ich guck's mal auf, ich hab's vergessen. Beleid. Ähm, und ach ja, die haben auch 1,90 Euro gekauft, so sind schon 100%ig, weil diese 1,90 Euro habe ich vergoldet. Ähm, ja, damit hat er jetzt noch bei Adi Koenigreich aus Paula Lytanz. Da eine ist so ein Natural-Hunger, kann ich euch ganz kurz vor spotten, weil, da kennt man leider nicht so viel. Aber da sind die nur so 1-10-Gumma-Deckel-Sund Samsara. So, so, so Haut-Ton-Lafels, ist wirklich schön, so wohl, Nude, Loobs, als Alice, ist wirklich schön. Und dann mein absolut Favourite. Ich habe noch nie so einen Geigen. Ich bin begeistert. Ich liebe einfach so braun und braun und auch so nieder. Das finde ich einfach schön. Das mag zum Beispiel weiß und silber und schwarz. Das finde ich so schön. Echt mag ich mehr so barmen Filmen. Und oh mein Gott, ich bin so begeistert. Seht ihr das? So, mein Deckel ist so gold jetzt gerade. Ich kann das jetzt kurz... Och, scheiße. Auf die Kamera. Ich mag das nicht so gerne. Ja, also. Da. Oh, das blistert so unglaublich. Das ist so schön. Wenn ihr das jetzt einfach mal waschen würdet... Dann seht ihr gerade nur so Schimmer. Aber unendlich viel Schimmer. Aber wenn ihr da jetzt... ähm... weichen... ähm... Kajal als Base auf eure Augen gemacht... Oh mein Gott, eure Augen werden so goldig. Das ist wirklich goldig, goldig. Das ist so hübsch. Wenn ihr wollt, ähm... mach ich euch dazu gerne einen Look. Ähm... Schreibt es mir einfach unten in die Kommentare, ob ihr es sehen wollt. Und wenn euch das Video gefallen hat, ähm... einen Daumen hoch. Dann weiß ich auch, dass ich noch eins machen soll. Oder was man macht. Ich mach auch gerne bei Text mit. Und ähm... wenn ihr Vlog sehen sollt, sagt es mir auch. Ähm... Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Mal. Bye!